Herzlich willkommen am Gira-Stand hier auf dem Sone-Bar-Partner-Treff. Wir sind heuer in der glücklichen Lage, wirklich viele Neuigkeiten zu präsentieren, die wir auf der Leit & Building bereits präsentiert und angekündigt haben. Eines davon ist Zweifelszone, der Gira One. Ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Smart Home, wo es einige wirklich tolle neue Features gibt, zum Beispiel die Inbetriebnahme wesentlich vereinfacht ist, auch die Bedienoberfläche sehr intuitiv gestaltet ist, sodass man wirklich selbst sein Smart Home optimal in Betrieb nehmen kann. Auch das Thema Visualisierung ist natürlich großgeschrieben und wichtig, sowohl über die Anwendung des bekannten Gira G1 wie auch über die Smart Home App ist man in der Lage, sein Smart Home optimal zu steuern und im Alltag zu verwenden.